ARD Text im Auftrag von Funk So... Jetzt haben wir noch ein bisschen Bisonscheiße Und auch hier haben wir noch einen Stapel Das ist schnell, wir haben nur 3 Dings, aber ne, wir haben ein bisschen mehr Und jetzt müssen wir hier loslegen mit Vögel fangen Dazu bauen wir uns gleich mal noch einen Genau, können wir noch machen, super So, dann nehmen wir das hier mit Pflanzen an Nehmen wir das hier mit Pflanzen an Hups, anpflanzen sollste Hat er schon gemacht, ok Hat er gehört, dass er das gegessen hätte Super So, jetzt haben wir hier unten noch einen Bärenbusch Haben wir aber jetzt, wir haben einen Bärenbusch noch mitgenommen Genau, einen haben wir mitgenommen Das ist ein Vogel Das ist noch ein Vogel Ich weiß nicht, ob es funktioniert, ich probiere es mal aus, weil ich habe gar nichts anderes Wir können mal schauen, ob die Vogelfall hier hinten zugeschlagen hat Äh, die normaler Falle meine ich Ne, die hat nicht zugeschlagen, hätte mich auch gewundert Nehmen wir noch ein bisschen Scheiße mit Nehmen wir noch ein bisschen Scheiße mit Und da sehe ich hier was sehr Schönes Nämlich diese Tollen, ähm Gegenstände Kann ich gar nicht aufheben, sehe ich gerade Dann Schmeiß die Axt mal weg Nein, die Axt Die Axt Okay, da ist wieder ein Buch Okay, die Bären sind zwar weg, aber das, äh, ja Das füge ich nicht Hä, hab ich das gegessen jetzt? Äh Hier ein paar Bären mitnehmen und Da, 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 da Äh, die kommen hier rein Äh, da waren wir wahrscheinlich doch die Bären drin Bait Äh Fuh Gell Oh Äh, dann gehst du da rein Äh, Moment Ja, super Danke dir, Bait I can carry more stuff Okay, dann braten wir den Vogel mal So Und dann braten wir auch den Vogel Und dann braten wir das Und das Und das Und das Und dann braten wir auch noch den Vogel Dann kommt jetzt hier so eine Essenstruhe Wo wir Bären drin haben, wo wir Popcorn machen können Topcorn Topcorn So, den nehmen wir auch mit Und dann tun wir das wieder her Da haben wir dann kein Zeug Ist aber auch nicht so schlimm Bären Bären haben wir noch Bären haben wir noch Da ist wieder Samen Und auch da oben sehe ich noch Samen Die mal mitnehmen So Und überall noch Manio Das ist auch nicht schlecht Sooo Und da ist ein Vogel ohne Samen reingeflogen Auch nicht schlecht Warum nicht? Ähm Ja, die füge ich jetzt mal in die Kiste da rein Das Ding liegt wieder Ähm Man kann übrigens auch das hier machen Moment Klack Klack Und da ist es fertig Ah ne, ist noch nicht ganz Doch ist es Okay Nein Splend Idiot Und wir haben Hunger langsam Ähm Ähm Bären Die Ding hier mal eine Möhre drunter Die andere essen wir Äh Wir brauchen Holz Wir brauchen ganz trinkt Holz Jetzt Wir brauchen aber vorher eine Schaufel Wir müssen vorher schon mal das Feuer machen Nicht, dass ich jetzt ähm Ähm Nicht rechtzeitig schaffe es Feuern zu machen So Und Holz Okay, da können wir wieder ein Kaninchen darüber braten Können sie auch gleich essen Können sie auch gleich essen Können sie auch gleich essen Dann haben wir hier noch ein bisschen Vogel Oh 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 kaputt machen, kaputt machen, kaputt machen, kaputt machen Ganz schnell kaputt machen, ganz schnell kaputt machen, ganz schnell kaputt machen Das ist nämlich richtig eklig das ding das entsteht irgendwo und tut dann um sich herum wie so ein virus augentropfen und dann hast du irgendwann 5 Milliarden Augen die nicht alle angreifen Das hatte ich einmal das war nicht schön überhaupt nicht schön So jetzt tun wir erstmal das dann noch rein dann haben wir das dann noch Das ist bei dir noch so ein Chester bei dir ist noch Zombiefleisch drin und das ding Die kann ich glaube ich essen weil die verderben wir sonst So Dann haben wir hier noch ein bisschen was Das kann ich übrigens auch hier rein machen weil ich habe momentan nichts mehr sehe ich gerade So Bären Das verlobt auch schon Okay Äh Holz haben wir hier Was können wir denn noch bauen wir können auch bauen Ein straw hat Warum nicht Sehe ich aus wie ein wirklicher Farmer Wir können auch bauen ein Schild jetzt bauen wir jetzt auch mal kommen Einfach weil wir es können Und dann können wir es auch nicht verbauen Und momentan können wir es auch nicht verbauen Ah siehst du hier habe ich noch einmal vergessen So fern wie leitzen Ähm Gucken wir uns das denn mal noch Gucken wir uns das denn mal noch Gucken wir uns das denn mal noch Wir werden jetzt nicht hier Mal unnötigen Spaß rein tun Das zum Beispiel Das zum Beispiel Das da Äh Chester Komm mal her Dann können wir noch rein tun das da Das da Und dann haben wir auch das und das und das und das Das ist okay Ah ich bin gebehindert Gar nicht gut Das war jetzt ziemlich dämlich von mir aber okay Ich wollte eigentlich Erstmal das da und dann kann das das und das 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 da Manchester rein und gucken wir mal was wir noch bauen können neues wir können momentan nicht so etwas bauen, super, ok und dann würde ich gerne irgendwo noch Steine hatten und zwar hier runter das wird eine ganze ecke dauern dann werde ich warten bis es tag wird und dann machen wir die bäume hier kurz weg ich habe keinen pflint auch hier habe ich keinen pflint ach ich bin so blöder ��드 ich 쓰ier das ist nur da noch Flint Chester, hast du denn noch Flint? Better, oder ist das zurück? Heute lässt es losgehen, Chester. Das ist ein Scherz. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Ich bin nochmal hier noch ein bisschen Und da Ich habe mir diese Blumen zu pflücken, das klingt ja Negativität So Das ist ja eine Möhre Fackel Und das Flint, super Was ihr kennt, Carry-Mods-Stuff Chester-Lims-Palaster und dann geht es weiter Wo sind wir denn hier? Alles klar Und da Ich bin jetzt Spannender Wohl 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 Wohl